Hallo, euer Pascal von Diamond Gaming hier und das ist Part 2 von einem Video, weil ich das ausflitten musste, weil das sonst irgendwie eine halbe Stunde lang gewesen wäre. Deshalb ist das jetzt Part 2 und Part 1, verlinke ich euch natürlich auch oben in der Infokarte. Nicht wundern, dass das jetzt so ein bisschen mittendrin anfängt. Es ist halt Part 2 und ich hätte jetzt das nochmal neu aufnehmen können, aber dann wäre es wie ein anderes Video, deswegen ist das jetzt so. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Schreibt mal euren Lieblingsschurken in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren, was ihr so am liebsten spielt bei den Schurken. Also ich habe da keinen persönlichen Favoriten, natürlich wieder alle Laserschwerthelden, wobei ich bei den Schurken auch Imperator Palpatine ganz cool finde. Also den kann man gut spielen, finde ich. Vor allem da im Tempel. Aber ich glaube, Darth Vader ist bei Helden vs. Schurken immer noch einer der Besten, die man dort nehmen kann. Was haben wir hier eigentlich? Dunkle Lord. Und natürlich einen feindlichen Trippler besiegt. Nein, langweilig. Ablenker ausdauer. Gut, kann ich mir sowieso nicht holen. Das liegt ja noch in weiter Ferne. Vier Spiele über Nurentag. Ich springe bis zum Start. Ein Spieler noch. In 40 Sekunden geht's los. Und jetzt sind's nur noch 30. Yay. Diese 20 Sekunden. Die letzten 15 Sekunden. Stille. Stille. Nee, das halte ich nicht aus. Das war zu lange. Warum ist alles im Hintergrund unscharf? Und nur um General Greaves, warum es so ein leichter Umriss, der scharf ist. Das sah gerade sehr seltsam aus. Falsche Animation. Also wirklich. Geht's doch nicht. Ich glaub, ich geh hier lang. Tschüss. Ah, nee. Hier oben ist auch immer ganz gefährlich. Da kommen die auch nicht mehr lang. Nee, ich geh hier runter. Ah, da oben ist jemand. Oh, was? Luke Skywalker ist also das Ziel. So, so. Mhm. Das kennt man ja. Immer das Gleiche. Warte, was? Ich bin das Ziel? Oh, ähm. Darf ich mal? Hier weg. Danke. Oh, verdammt. Kann mich mal jemand beschützen? Nee, nee. Okay. Also Bubba Fett steht halt einfach nur und macht einfach nichts. Okay, drei Laser-Schwerthelden auf einmal. Ich glaub, ich nehm gleich mal Deathmall. Der ist sehr viel besser. Das ist halt das Problem bei Deathmall. Man kann ihn nicht gegen Blaster-Helden verwenden. Alle drei im Würfelgriff. Und tot. Also ich. Schade. Ach man, ich war schon wieder das Ziel. Was ist denn das? Wann bin ich mal nicht das Ziel? Sind das nur so Ausnahmefälle, wenn ich nicht das Ziel bin? So ein Bug im Spiel oder was? Standard-Ziel. Pascal. Super. Ich habe ich schon gesagt, dass ich dich hasse, Obi-Wan. Ich werde dich töten. Ja, ich weiß, das verändert jetzt die Geschichte, aber das will ich. Ich will dich töten. Nur aus purem Arsch. Tschüss. Was ist das da unten eigentlich für eine Zwei? Nee, ich verstehe das jetzt nicht. Was soll das, dieser Punkte-Multiplikator sein, der jetzt wieder eingeführt wurde? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, weil ich wüsste jetzt echt gern, was diese Zwei da soll. Ist das irgendwie... Stand die schon vorher immer da? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ach, komm schon. Als ob das so viel Schaden macht. Krass. Will ich auch haben. Ah, und die haben das endlich geändert. Oder... Ja, ich glaube, die haben das jetzt geändert, wie man respawnt. Das haben sie jetzt endlich wieder geändert. Das ist jetzt wieder beim Alten. Das fand ich früher auch besser. Dass man da nicht rein theoretisch 20 Sekunden warten müsste. Oh, warte, erstes Ziel. Tschüss. Die Sif sind allmächtig. Du bist kein Gegner für mich. Zähl, ihr werdetiziert. Jo, da noch mal. Oh, schon weg. Oh, nee, also... Nö. Meine Schreie sind rosigend für meine Audio-Rezeptoren. Gegner markiert. Meine Schreie sind rosigend für meine Audio-Rezeptoren. Schade. Ja, ähm... Ich würde jetzt gerne tanken. Nope. Stichst in meinem Grip. Bin ich wirklich so schlecht? Naja, aber... Okay, es ist jetzt auch nicht so schlecht. Also... Okay, also ich sehe... Ich habe ja eben gesagt, es sind nur zwei Sachen verändert worden. Es wurden doch ein paar mehr Sachen verändert. Okay, eigentlich verbessert nur. Also Verbesserung. Waren jetzt keine großen Veränderungen dabei. Irgendwie im neuer Modus oder so. Leider. Ich bin das Ziel. Ja, warum auch nicht? Weiß der das irgendwie schon? Obwohl ich noch nicht als Ziel angezeigt werde. Kann das sein? Kann das sein, dass du das schon weißt? Kann das sein? Ja, jetzt weiß er gar nichts mehr. Jetzt wirst du tot. So, Alter, das geht ja mal gar nicht. So, wo ist der... Oh, nein. Ah, warte, ich bin das Ziel. Lass mich, lass mich. Ich will nicht sterben. Meiner. Tötet ihn. Warte, was? Ich bin schon tot? Oh. Okay. Also. Scheiße, und er lebt noch. Und er ist einfach genau vor mir langgelaufen. Warum? Warum auch nicht? Also. Ach, Manu. Jetzt, jetzt, jetzt geht's ab. Ray, schon wieder rein. Und wer ist unser Ziel? Der gute, alte Darth Vader, Fasma. Ah, guck mal, Fasma. Der gute, alte Captain Fasma. Gewiss, klar. Ja, komm, wo, wo ist sie? Stirb. Krasser Boy. XD ist gestorben. Was, unsere Arbeit ist furchtbar? Weil sich selbst Menschen töten, ist jetzt nicht so toll. Das sind keine Menschen. Das sind Jedis. Das sind Menschen. Hä, was war das denn jetzt? Nee. Nee. Also, das seh ich jetzt nicht ein. Dude, woher bist du? Da. Du wirst sterben. Und wenn es nicht durch meine Hand ist, dann brich Kyle rein. Ach, komm, schon ein paar Sekunden zu spät. Ernsthaft? Das läuft bei dir falsch. Ist okay. Alles gut. Du bist das nächste Ziel. Oh ja, ja, das freut mich ja immer zu hören. Och, nee. Nope. Ich wusste gar nicht, dass es euch auch in verkrubter Ausgabe gibt. Ah. Yeah. Jo, kommt man hier eigentlich. Oh, nicht so hoch. Vor allen Dingen, wenn man abgeschossen wird. Da. Ich komm hier nicht weg. Verdammt. Ich, äh. Danke. Aber wir haben zum Glück vorher noch eins hier besiegt. Ah, das war knapp. Ah, wen nehmen wir dann jetzt? Wieder Darth Vader? Ah, nee, komm. Oberfett. Ist auch mal ganz spannend. Oh, das ging schnell. Hi, Leute. Ey, entspann dich. Entspann dich. So. Oh. Da war wohl etwas, was ihr nicht so gefallen hat. Wie zum Hänkern? Wo ist denn das hier jetzt? Ich krieg erst nicht. Ich hör das nicht. Oh. man kann sich selbst mit seiner eigenen rakete ja also ich denke mal dass das war es waren mit dem video so nah also das gleiche wie immer abonnieren bleibt erlassen super